Ja, wir sind da gerade in Italien zur vierten Weltkampfstation. Wie mal hinter uns sieht der letzte Anstieg mit der berüchtigten Rinne. Und sicher eine mega coole Runde. Wir sind jetzt gerade einen Teil abgegangen. Hat alles dabei, super Spitzkern, flache Passagen, schwierige Abfahrten. Der Schnee ist vor allem sicher nicht leicht. Aber ich glaube es wird auf jeden Fall ein cooles Rennen werden und ich freue mich schon drauf.